Also, ich hatte jetzt auch schon eine Biene bei mir, im Zimmer, ne, ich bin jetzt ungefähr, keine Ahnung, 20 Meter oder so entfernt von denen, also hat sich auch schon die eine oder andere reinverirrt, aber, also, das ist so wie im Reel, also, wenn du keine Bienen hast, passiert ja genau, ab und zu kommen halt Bienen in dein Haus rein, no? Also, sie war drin, hat geguckt, ob es was zu essen gibt und ist sie wieder rausgegangen und das war's, also, da passiert nichts, die stechen dich oder so auch nicht, also, nur wenn du sie vielleicht sehr aggressiv jagst oder so, Kasua-Fan of Hackerim Hallo, Argo reden Keine Ahnung, was das sein soll, wollen wir nach, bevor wir antworten, ne, wir sollen nämlich nicht mit fremden Leuten reden For no reason Hallo Kenne ich nicht, wenn er Versuche, mich abzulenken We can invade Jarvan Hm, I think Wait, Rin Tarnen, war das nicht ein Akschan OTP? Scheiße Oh, wow Das wird ein guter Chunk Oh, vielleicht sogar Flash? Cool Sehr nice Oh, was ist denn ein letztes Team? Actually, ich finde das so awkward, ich muss jetzt meinen Smite basically nicht benutzen Also, nicht benutzen Ich weiß gar nicht, ob das was heißt Klaps, Hodapi Dankeschön für den Sub Akschan Slash Yasuo Ja? Okay, das ist fein Das Slash ja so ist So Hecarim Auch am früh klären Er wird schnell sein Oh, das ist Das ist War da sehr bad Oh, mein Gott Das ist ein Worst-Case-Szenario Das ist ein Worst-Case-Szenario It's fine Das sagt er zwar, aber es ist nicht fein Das ist ein Medi-Carry Das ist ein Medi-Carry Das ist ein Feld Das ist ein Feld Asteroid, danke schön für das Oh, warum geht der da zurück? Oh, warum geht der da zurück? Okay, next EQ Ach, what lane? Müsst ihr alles weg? Oh Also Das ist sehr einfach Ne? Wirklich sehr einfach Eigentlich Bisschen frustrierend ist es auf jeden Fall Also ich dachte halt Ich sollte hinter dem stehen Damit der Stun reingeht Aber warum? Da kommen jetzt zwei Leute aus der Base Die mit 20 Items kommen Wir müssen aber warten Und so lange halt den Dingens hinten So lange halt den Dingens hinten Ich verstehe das Ich verstehe das Ich verstehe das Wait me to engage Don't go randomly Das ist kein Daibo Angle gewesen, richtig. Ist der killbar? Oh, meine Wehe! Eine Sekunde. Schade. Das ist schon ein sehr schwieriges, das Game. Ich glaube, wir hätten es einfach gewinnen können. Ich glaube, das wäre nicht schwer gewesen, wenn wir Botlane nicht inten. Man, du bist so am fucking runterrennen. Ich bin nicht even tilted, Alter. Holy shit, sind meine Teammates scheiße. Und ich sage zwar wir, aber ich meine eigentlich die... Naja. Dankeschön, Astrid, für den Sub. Es ist so fucking an Playability scammen, by the way. Es wäre so ein simples. Es wäre so ein simples. Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen Turbo Dooms. Jetzt ist unsere Nutzung, wo wir, glaube ich, gar nicht mehr das Game spielen können. Ich glaube, ich denke, das ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, wir können die Reden nehmen. Ich glaube, wir können die Reden nehmen. Aber was ist die Shit? Was war das gerade? Warum wusste der wo ich bin? Was war das? Was war das? Huge Finally! Finally ein gutes Play Hackeram abuse, Leute das einzige was der Also das einzige was Hackeram abused ist sich selbst Maybe, hm Also wenn der Hackeram keine Ult hat ist das ein gutes Play Wenn der Hackeram ult hat ist das ein schlechtes Play Wenn der Hackeram ult hat ist das ein schlechtes Play Der wird gleich FFn der Hackeram Der Typ ich kenne, der geht einfach auf K Der gibt kein Shit Und Again? Can? We're just making the same mistake. Can? Can? Maybe you can death. Okay. Na gut. Ähm, ich weiß jetzt ein bisschen, ah gut, aber ich brauche eigentlich noch 60 Gold. Oh, irgendwie das gewinnen, wäre das huge. Nice. Okay, gut. Okay, das geht jetzt echt super gut aus jetzt, ne? Wieder. Die Tempo fehlt Blue, ja, ne? Okay, jetzt bin ich ready. Jetzt sind wir aber fucking ready, ne? So, Armor, Frozen Heart, next item. Ähm. Bist du actually bescheuert, Xayah? Holy shit war das scheiße. Ich musste hier aber nicht tun. I'm so tilted, why? Always without me. Warum, man? Warum, 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 warum? Nein! Fuck off! Es ist so easy, Alter, bitte! Lass mich dein scheiß Game carry'n! Oh mein Gott, es ist so fucking tailting, Alter. Wie kann man bitte so uncarrable sein? How can you refuse? How can you refuse? Es geht weiter. Ah, der sieht echt schon nach nem Ripple aus. Oh, ey. Bitte, 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 bitte hört auf. Bitte hört auf. Bitte, bitte, bitte. Dieses Game war so gewonnen. Jetzt schon zehnmal. Ich weiß nicht, ob wir fucking winnen without Xayah. Wir müssen schon eine bessere Position finden, I guess. Jetzt. Das war nicht jeder, Mann. War schon wieder tot, naja. Ich weiß nicht, du bist fucking Silberstuck. Shut the fuck up. Wenn wir ja grad... Also, wir können gleich turnen. Ja, so macht Xayaharis. Ist nicht in Range. Na gut, das ist trotzdem worth. Wäre sehr cool gewesen, wenn der von Anfang an Range wäre. Yo, shut the fuck up, Xayah! Get yourself carried! Er kann mal doll, oder? Warum hitzt sie nicht den Tyrion? Nein, du gehst jetzt nicht zu meinem Blue-Buff. Ich hoffe, wir haben den Tyrion bekommen. Das Game ist schon sehr winnable. Weil der Gegner-Shade-Carrion ist ein Midlane-Man. Der ist ein bisschen lost. Deswegen ist es schon sehr winnable. Wir müssen halt gut spielen jetzt, aber... Wenig Vertrauen in meinen Themen. Und es ist sehr schwer gegen Crash, aber... Der Grim ist leider auch inzwischen nicht mehr so useless. Der Grim ist leider auch inzwischen nicht mehr so useless. Wir müssen jeden Tag hin unseren Reimdation. Wir müssen plötzlich überladen wir ihn. Wir müssen nachschneiden. Wir müssen nachschneiden. wof, das ist eine Verlagerin. ... ... ss komplett dieser facken audio fehler hier geht nicht für aber werden also wir können den ex schließen sehr 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 lang oder wie auch immer als denken was kein tp und spiel spot lane aber schön ich bin echt zusammen wir gewinnen jetzt vielleicht das try es hat die Sojinn gegen eine Snesis btw und die Gunzen Tanks Er spielt ohne TP, also what the fuck are they doing? Blip we den? Why? Why? Okay, so yeah. Hmm. But, it's 50-50. We handlose AD Carries wieder und wieder man. Boah ey, die dümmsten League of Legends Spieler sind AD Carries. I said it. Or just, I said play for turns. Ja, ja. Also wollte ich ja auch. Aber die hat halt nicht aufgehört zu hitten, also mussten wir. Mussten wir das immer benden, leider. Sonst kriegt der den for free. 1.300 LP spawnen. I mean, nur er recht hat, hat er recht, ne? Ähm, out there hit him? The fuck? Die Klamotten sind nicht. Imini! voix und schreien Um сегодня ... Hmm. The second war 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 ara! So I through evil most it's zombies ! Wie bin der das noch? Ich muss irgendwo healen am besten. Ich habe einen Raptor, das reicht eigentlich fast. Ich wollte einen Hecker umsuchen. Okay, 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 wir kriegen Dragon the Knights. Okay. Es hat loskeles, ja, das ist gut. Ich wollte unbedingt den Hänkeren finden, aber ich habe ihn nicht gefunden. Schade mal. Er hat Leandries. Ich glaube, es wird sehr schwer, den zu killen. Boah, dieser Aphilos geht auch einfach keinen Armourpen. Also, das Game könnte wirklich winnable sein. Das war's. Das war's. Das war's. Kann mir jemand erklären, wie diese Xyra drin war? Geht ihm. Geht ihm. Geht ihm. Geht ihm. Wild. 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 auf mich kann ich anscheinend gewinnen damit er so war nicht der einzige nicht gehen aus dem gesamten team die early fight zu fallen man auch schützt